Und das heißt wieder Seilrutschen-Partie. Wow. Das sieht nicht geil aus. Helena, bist du da? Ja. Ich bin hier, ich kann dich sehen. Verdammt, was tun die Typen da? Anscheinend reißen sie die Statuen ab, um den geheimen Eingang zu finden. Diese Schlaumeier stehen mittendrauf. Wird schon schief gehen. Okay. Bereit, wenn du's bist. Was macht der denn? Nice. Oh, bis dann. Okay. Oh, Mann. Da ist es! Da! Dammit! Freunde, Freunde. Komm schon, fress die Granate. Oh, das ist Elena. Sorry. Oh, fuck. Get drauf hier. Oh, Gott. Und wieder hoch hier. Ah, ich habe Munition wiederbekommen. Das ist okay. Ich wusste es. Hier, hilf mir drücken. Okay. Komm schon. Komm schon. Los, streng dich an. Nee, nee, nee. Da schau mal einer an. Direkt vor der Nase. Komm schon. Hier lang. Vielleicht gibt es hier... Natürlich sehe ich das. Schätzchen. Nee, komm schon. Miese Granate. Miese Granate. In Ordnung. Ich sehe sie! So, du bist tot. Ich sehe sie! Sie gehen über die Wand! Nade! Ja, was sollt... Ey, konnte ich gar nichts mehr machen, ne? Gut, da war ich... runter! Und den Boden! Ah! Da sind sie! Ah! Ah! Ja. Sie gehen über die Wand! Oh, das wird dir wehtun. Bäm! Wow, Elena, ich dachte gerade... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gehen wir wieder hier hoch. Wo lang müssen wir eigentlich genau? Ich bin gerade... Wahrscheinlich wisst ihr es alle, der dreckt schon. Ah. Klar, Seile. Gut. Gehen wir da noch rein und dann, glaube ich, machen wir auch für heute Schluss. Wir gehen wieder ins Dunkle. Gehen wir wieder ins Dunkle. Hier sind ein paar Türen. Ich brauche Hilfe. Okay. Okay. Geh... Hier ist der Elena. Der geheime Eingang nach Shambhala. Die Straßen nach Shambhala. Ja. Kapitel 24. Ich seh' nicht. Ich seh' nicht. Ich auch nicht. Wenn ich noch eine Wand hochklettern muss... Sieh dich weiter um. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Bist du sicher, dass er das hilft? Es muss einfach. Wir übersehen was. Ja, jetzt geht er mal ein bisschen weiter, man. Süß. Okay, da steht nur nix drin. Und, äh... Den hier noch. Alle nach unten drehen. Sehr gut. Hat geklappt. Was? Pass auf. Verdammte Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Na los! Zurück! Mist. Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mach ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleider. Das überlebst du nicht. So. Und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Dreck? Ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot. Das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sein. Weil sie den Willen hatten. Das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens folgt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deinen prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du... Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer... Ich bring noch jemand ins Spiel. Bring sie rein. Mist. Nimm die Finger weg. Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe, lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung. Wen würdest du opfangen? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß. Hör auf mit deinem Spielchen. Ich tue, was du willst. Komm runter. Hey, Arschloch. Dein Feuerzeug. Dein Feuerzeug. Dein Feuerzeug. Allmächtiger. Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung. Und nimm den da mit. Vielleicht läuft diesmal ja nächstes Schiff. Und, Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Komm, du zuerst, Schätzchen. Mit der Waffe bist du stark, was? Ich will mich hiermit verabschieden. Für heute. Und zwar war's heute wieder sehr spannend. Und wir sind fast durch, meine ich. Also es müssten nur noch ein paar Kapitel sein. Bis zum Bosskampf-Endkampf, ja. Das wiederum heißt, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Oder ein Gefällt mir da. Kommentiert, abonniert und teilt es auf sozialen Netzwerken, wenn ihr wollt. Ansonsten kann ich nur noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.